hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge animation throwdown mit mediemann gleich diesmal gilde nummer 2 siege time gegen winterfell house stark ja da unten werden noch 18 die kriegen wohl nicht mehr ganz weg dann hätten wir vier inseln gehabt aber sieht ja nicht so schlecht aus dann gucken wir mal hier mobile oppression palace er ist gut ist auch gut die ist auch gut ich meine es ist mein mr business dann gucken wir mal um elfer kribbel den wir schnitt haben elfer kribbel die schnitt haben also auf jeden fall nicht für meinen bänden näher habe ich keinen bock hoch sorry aber elfer kribbel der kann mir gestohlen sondern immer hier die bending school bread eben hier auf die zwei so und dann haben wir das aktoranische kung fu sexy tanz kam ich weiß das sind jetzt alles karten die mit musik nicht wirklich viel zu tun haben aber das passt schon so noch 9 jemand blame du sah oder wird sagen dann haben wir den long stick with sharp rock 300 dollar messer warst oder hink kommt immer den henkel und dann packen wir hier fahrts cool jimmy junior drauf aber die dream geht da und das match gewonnen so nächstes noch acht dizzy von winterfell house so jetzt haben wir den philip j frey das kopf jingel frei ist natürlich ziemlich geil ob land schinger frei ich mal jetzt erstmal hier neben dran in roger dann den hier und jetzt packen wir die bending school aus so aktoranisches kung fu und termin um 4 30 und das war's für eine stunde zwölf minuten mit dem zweiten account würde es wahrscheinlich nicht funktionieren so noch mal gegen klar blame du sagen sie menschen zwölf minuten geht das wären 43 schaden ok da hat er um natürlich den schild na ja noch nicht ganz so aber das hier geht jetzt schnell ich muss nur einmal richtig schnell sein oder 2 mal noch mal für übertrungen so das ist noch 6 und 11 minuten 10 minuten glaube ich oder 11 minuten das hat auch keine 2 minuten gedauert ich sag 11 minuten du sag 10 ich sag 11 11 ok gut eine minute gut gemacht richtig ich schaue mal gegen address myself ein stu dann haben wir eine louise komm machen wir die christmas trap fertig wer kennt noch dm f ähm f ähm f ja galt was ich weiß schon ich darf es nicht aussprechen so address myself warum haben wir das gemacht nein doch natürlich glaube ich also ähm noch fünf stück gegen bernstra da hätten wir denn wieder den sensei rhein der heute der heute der heute in als als combo mastery drin ist leute wir müssen jetzt meine gilde erraten die gilde hat sie wurde falsch geschrieben komischen anführe und ist sehr aktiv kommt er drauf da geht dafür gibt es einen dritten die leisten wieso wieso so so bernstra leute wirklich ihr könnt mal wenn ihr in unserer gilde seite können wir gerne mal gucken so falsch geschrieben wieso falsch geschrieben du hast du vor und klein und das gleich auch klein ja ich wollte dich halt groß machen und mich halt kleiner so falsch also dann sei doch sei doch froh guck ich hab dich empor gehoben nein so und er weiß das wieder mal nicht zu schätzen ja natürlich nicht weil du es falsch geschrieben hast ich habe es mit absicht habe ich es so gemacht auf unserem youtube kanal steht auch sofort groß und klein und gleich groß ich höre schon stimmen keine ahnung wo die herkommen aus dem nichts ich glaube das ist mein schlechtes gewissen nein leute unser youtube kanal heißt nicht sofort und gleich youtube und bei sofort und gleich wird auch gleich groß geschrieben und nicht klein er kann einem schon tierisch auf die in dieser quälgeist aus dem hintergrund so und in die ruhe bezwungen ich höre ja komm mach mal ne platte 10 10 draus oder zwei stücke haben wir noch wir haben es geschafft wir haben gewonnen ja gilde 2 ja ok dann darf ich jetzt hoffen dass du verlierst äh ich meine natürlich dann darf ich nein darfst du nicht dass du sehr sehr stark verlierst gegen sowas doch nicht ne gegen i dress myself gegen eine so jetzt müssen wir mal schauen also leute der kanal heißt jetzt nicht mehr also unser youtube kanal ist nicht mehr sofort und gleich sondern unser youtube kanal ist sofort und gleich youtube und klein alter kann der anstrengend sein so und jetzt haben wir auch dieses match hier gewonnen ja ähm also wenn euch das video noch eins eins hab ich ja noch wenn euch das video auf dem sofort und gleich youtube channel auf youtube gefeiert bei der abbonation genau Dizzy genau bei der abbonation abonniert mal unseren kanal sofort und gleich youtube auf youtube kennt ihr den party effekt habt ihr schon mal davon gehört nein ich hab nicht mit dir gesprochen quälgeist quasi den party effekt dass man quasi äh geräusche die völlig überflüssig sind einfach herausfiltert ja also man kann sich mit jemandem unterhalten direkt unterhalten und um einen herum kann ganz viel passieren und man hört das einfach nicht und so geht es mir momentan ich bin aktuell in diesem ja party effekt ja und da sind irgendwelche hintergrundgeräusche die kein mensch zu hören braucht so muss ich noch erforschen also wenn es euch gefallen hat dann ne ich guck muss noch hier reinschauen ich muss noch hier reinschauen in den Sieg Winterfeld guck mal ganz kurz wie viele Leute da gekämpft haben das ist voll nervig 44 Leute 44 Leute haben jetzt angegriffen 47 aktive hatten wir gehabt ja nice also Real Hasknecht wenn du ein bisschen Respekt gegenüber unseren Spielern hast lässt du mich jetzt die Namen vorlesen Real Hasknecht, Reifuchs, Hussein, Hergleich, Gabriel, Ken Werger, Alexander, Jesse komm runter ich möchte das vorlesen weil deine Stimme ist im Party Effekt jetzt komm runter da so Andrejlo ich sag schon wieder Boban das heißt Bovan Bovan ok Tristan, Lord Universe, Player, Marunga, Snorz, Georgios, Ililil, Magulof100, X-Strike, Eisensberg, Mark Quackmüller, Schass, Ruffy Truffy, Homer, Stuhl, Toveldi, James, Simal, Manubaya, Mark, Foul, Bayerash Charlin, Place the Chair Badass Charlin Badass Charlin Blaze the Chair Schmobi, Nisse Slim She Slim She Paddler Max Max Robert Albert Johann Joan Ricardo Ja ich weiß nicht wie du den aussprich Albertus Mosefor Raulito J Suarez und Bobo Wenn es euch gefallen hat, lasst uns mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare Abonniert unseren Youtube Kanal sofort und gleich Youtube auf Youtube Macht's gut, bis dann und tschüss Abonniert unseren Kanal Abonniert unseren Kanal